Würden Sie dem zustimmen, dass diese Neigung nach Konformität ein ganz wesentlicher Hemdfaktor ist? Ich kann dem zustimmen und möchte es ergänzen, dass dies im journalistischen Bereich wie auch im normalen Bereich der Arbeit und des Berufslebens etwas damit zu tun hat, dass diese betroffenen Menschen, ich sage mal Betroffenen, die Duckmäuserei, die macht man ja nicht aus Lust, dass diese betroffenen Menschen sich so verhalten, auch deshalb, weil sie keine Alternativen haben. Also wenn Sie heute Journalist sind und Sie sind 40 Jahre und haben immer noch keinen Job und sind freier, dann sind Sie bereit, alles mitzumachen in der Regel. Dann machen Sie Public Relations Aktionen, dann gehen Sie, wenn Sie einen Auftrag kriegen, für eine Zeitung zu schreiben, schreiben Sie auch PR-Artikel, weil Ihr Berufsleben und Ihre Sicherheit für die Familie nicht mehr gewährleistet ist. Und das Gleiche haben wir im Grunde im normalen Arbeitsleben auch. Dadurch, dass wir eine Reservearmee von arbeitslosen Menschen haben, sind auch die unter Druck, die noch in Arbeit stehen. Insofern haben Sie eines der wichtigsten Themen unserer Zeit angepackt. Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen, der für mich sehr eklatant ist und zwar, weil es ein Beispiel ist dafür, dass es oft einfach zu wenig Nachdenken und zu wenig Kenntnisse zum Beispiel über Volkswirtschaft gibt. Ich sage mal einen Satz und ich befürchte, die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer wird jetzt mit dem Kopf nicken, alle müssen sparen. Wenn alle sparen würden, würde die Wirtschaft zusammenbrechen, Sie können das noch genauer erläutern, aber ich habe mir das auch mal versucht, an meinem eigenen Beispiel klarzumachen. Ich würde jetzt beschließen, 30 Prozent meiner Einkünfte zu sparen. Dann würde erstmal jeder sagen, bravo Jürgen, machst du toll, aber meine Händler, bei denen ich immer einkaufen würde, die würden fluchen, weil ich bei denen 30 Prozent weniger Geld ausgeben würde. Dann gehe ich mit den 30 Prozent eingesparten Geld auf die Bank, sage zur Bank, ich bin bescheiden, ich will zwei Prozent Zinsen haben. Dann muss die Bank jemand finden, der für dieses Geld einen Kredit aufnimmt und zwar natürlich zu etwas mehr als zwei Prozent Zinsen. Die Bank will ja auch noch was verdienen. Das sind einfache Zusammenhänge, die kann auch, glaube ich, keiner leugnen, aber die werden immer völlig vergessen in der Diskussion. Sie haben recht, wir haben ein wirklich großes Problem dadurch, dass dieses Sparen ein so großes Image, ein so großes Ansehen hat. Und Sie können auch hier wieder die Zusammenhänge klar machen. Es gab 1999 eine Wahl in Hessen, da hat Hans Eichel die Wahl verloren als Ministerpräsident und er wurde ausgewechselt durch Koch. Und dann wurde er plötzlich, komischerweise, also Wahlverlierer werden in der SPD promoviert und wurde dann Bundesfinanzminister. Das gleiche ist mit Steinbrück geschehen. Und was hat Hans Eichel dann gemacht? Er wurde zu einem der populärsten Finanzminister dadurch, dass er auf das gesetzt hat, was Sie eben beschrieben haben als Vorurteil, das in Deutschland existiert. In jeder Lebenslage der Volkswirtschaft ist Sparen gut. Und deshalb wurde er hochgeschoben als Sparkommissar der Nation. Und nun kann ich an diesem Beispiel wunderbar zeigen, was das mit der Konstellation der Medien und übrigens auch dem Vormarsch der Public Relations Industrie zu tun hat. Der Hans Eichel hatte den gleichen Public Relations Berater wie Frau Christianzen. Und das kann man heute auch noch nachzählen, dass er unheimlich viel bei Frau Christianzen war und immer mit seiner Sparkommissar-These. Und andere Medien wie Bild-Zeitung haben da mitgespielt und damit wurde er plötzlich zu einem der populärsten Minister. Ganz genauso Steinbrück. Der ist auf dem gleichen Ticket gefahren, auf der gleichen Welle geritten. Völlig unabhängig, ob das volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Volkswirtschaftlich ist dieses Sparen, was Steinbrück gemacht hat, überhaupt nicht sinnvoll. Aber er hat das, was die Leute aus ihrer individuellen Erfahrung wissen, dass Sparen für sie persönlich manchmal gut ist, weil man da ein Häuschen kaufen kann und so weiter. Auf der Basis dieser persönlichen Erfahrung hat er volkswirtschaftlich relevante und damit falsche Politik gemacht. Könnte man sogar so weit gehen zu sagen, dass unser deutsches Sparen dazu geführt hat, dass sich andere verschuldet haben, zum Beispiel in den USA, dass das auch ein Grund der Finanzkrise war, die jetzt wieder auf uns zurückgeschlagen hat? Also unsere mangelnde Binnennachfrage, die Folge der Propaganda fürs Sparen war und einer hohen Sparrote und übrigens auch noch einer Förderung des Sparens durch staatliche Zuschüsse wie bei der Rüster-Rente und durch Steuererleichterung wie bei der Rürup-Rente. Dieses hohe Sparverhalten hat dazu geführt, dass die Binnennachfrage klein war, immer unterhalb dessen, was sein müsste, dass deshalb die Unternehmen notgedrungen immer mehr in den Export auswischen und dieser Export, der hohe Export hat dann dazu geführt, dass wir immer Exportüberschüsse hatten und das heißt volkswirtschaftlich, dass wir volkswirtschaftlich auch gespart haben. Und das andere, das ist eben die Logik da, der Saldenmechanik, übrigens in Saarbrücken ja wesentlich entwickelt von Stützle, also dass aus der Logik dieser Exportüberschüsse folgten der und des Sparens der deutschen Volkswirtschaft, folgte die Notwendigkeit des Schuldenmachens von anderen Volkswirtschaften und das heißt zu Deutsch, Amerikaner haben sich verschuldet, einfach gegenläuft sich zu dem, dass wir zu viel gespart haben. Die Demokratie hat sich aus kleinen Stadtstaaten in Griechenland mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern entwickelt. Auf dem Marktplatz der Agora konnten die Bürger über alles das Gemeinwohl betreffende miteinander sprechen. Heute sind unsere Demokratien so groß geworden, dass es keinen Platz mehr gibt, an denen alle Bürger gemeinsam miteinander debattieren können. Die Willensbildung muss deswegen durch Medien oder Parteien vermittelt werden. Diese sind jedoch durch Sonderinteressen ferngesteuert. Alles, was den Sonderinteressen entgegensteht, wird zensiert. Sogar die Tatsache, dass es Zensur gibt, wird zensiert. Stattdessen überwinden sich einige Politiker darin, beispielsweise Zensur und Beschränkungen der Meinungsfreiheit in China anzuklagen, damit die Tatsache der Zensur den Bürgern gar nicht erst auffällt. Wie können die Möglichkeiten der direkten Meinungsäußerung von Bürgern untereinander im öffentlichen Raum gestört werden, um dieser Steuerung der Meinungsbildung von oben entgegenzuwirken? Was hängt der Autor über die in den deutschen Städten stattfindenden Montagsdemonstrationen oder über Internetforen? Und welche Erfahrungen hat er mit seinen Nachdenkseiten im Internet gemacht? Das sind jetzt ganz viele Fragen. Sie haben richtig analysiert, dieses Zeigen mit dem Zeigefinger auf China hat ja für einen selbst die Folgen, dass man so dasteht, als wäre bei einem selbst das alles in Ordnung. Das ist ein erster Effekt, der dabei eintritt. Und viel Aggression und Einklagen der Menschenrechte und Demokratie dort wird sicher hier bei uns von konservativen Kräften auch deshalb betrieben, weil sie sich selber damit reinwaschen. Das ist die eine Sache. Das andere, wie kommen wir weiter? Das war ja Ihre Frage, wie kommen wir sozusagen weiter? Wir haben gesagt, und das war die Ursache für die Gründung dieses Internetportals www.nachdenkseiten.de, Wir müssen versuchen, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Und dabei gingen wir von der Überlegung aus, denn wenn es uns gelingt, die Glaubwürdigkeit der Hauptmedien in Zweifel zu ziehen, dann haben wir einen größeren Effekt damit, als es die reine Zahl der Besucher bei uns ausdrückt. Denn wenn jemand gelernt hat, dass die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel keine progressive, kritische Zeitung mehr ist oder dass der Spiegel das auf keinen Fall ist, wenn er das einmal gelernt hat, dann beginnt dieser von uns angesprochene Mensch Skepsis zu entwickeln und zu zweifeln. Und dann liest er einfach die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel anders als vorher. Und genau das erleben wir und das ist die, wenn Sie so wollen, auch eine große Freude der Macher. Es ist ja unglaublich anstrengend, möchte ich mal sagen, diese Nachdenkseiten zu machen. Wenn Sie einmal einen Artikel geschrieben haben, dann wissen Sie, was es bedeutet, wenn man zwei davon am Tag schreiben muss. Also der Erfolg ist vor allem der, dass uns mehr und mehr Menschen sagen, ich betrachte die Welt jetzt, nachdem ich die Nachdenkseiten könne. Oder das passiert mir jetzt mit der Meinungsmache genauso, mit dem Buch, die es gelesen haben, sagen, ich betrachte die Welt völlig anders. Ein Freund schrieb mir das, von dem ich eigentlich dachte, er sei schon aufgeklärt. Er sagte, Mensch, danke, ich habe jetzt vieles gelernt und schaue anders drauf. Ich habe begonnen zu zweifeln. Das ist ja das, was ich vor allem empfehle, dass wir wieder lernen müssen zu zweifeln, dass wir durchschauen müssen, wie mit uns gespielt wird, wie mit unserem Vertrauen gespielt wird. Es wird ja mit unserem Vertrauen ganz wesentlich gespielt. Und da müssen die Leute lernen, ein bisschen nachzudenken. Aber Ihr Buch ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass es viel komplizierter ist, als der Anrufer mit dem Begriff Zensur andeutet. Wenn jetzt mir morgen ein Schreib auf den Tisch käme, wenn Sie jemals nochmal den Albrecht Müller einlagen, werden Sie hier rausfliegen. Ich meine, das ist völlig ausgeschlossen. Aber dann könnte ich mich dagegen wehren. Das wäre klare Zensur, würde vor Gericht gehen und so weiter. Das wäre verhältnismäßig einfach. Aber das, was bei uns an Beeinflussungsmöglichkeiten passiert, läuft ja eben viel subtiler und man kann eben nicht so leicht dagegen vor Gericht gehen oder zum Betriebsrat. Ja, ich will es mal ganz praktisch bringen. Es werden sehr viele Leute zu Talkshows eingeladen. Ich war einmal bei Frau Christianzen, bevor ich das erste Buch geschrieben habe. Dann nochmal bei Frau Illner. Aber mehr ist mit mir nicht geschehen, obwohl ich mir einbilde, dass ich zum Beispiel mit der Meinungsmache und aber auch schon mit Macht waren und schon mit der Reformlüge eigentlich sehr markante Bücher geschrieben haben, die es interessant erscheinen lassen, einem ein größeres Forum zu bieten. Und was soll ich dagegen tun? Ich kann das hier beklagen. Das tue ich aber gar nicht, sondern ich stelle es nur fest. Aber das ist eine subtile Zensur, wenn Sie so wollen. Es kommen kritische Leute bei uns in den Medien kaum mehr vor. Aber stattdessen werden in den Hauptmedien, ich sage nicht über diese Sendung hier, um Gottes Willen, aber in den Hauptmedien kommen kritische Leute nur Ausgesuchte vor. Also dass ich noch nicht beim Presseclub war zum Beispiel. Dass kein Vertreter der Nachdenkseiten bis jetzt zum Presseclub eingeladen worden ist, ist doch schon sonderbar. Und das hat etwas damit zu tun, dass diese Hauptmedien ja natürlich nicht wollen, dass die Grundsatzfrage ihrer Glaubwürdigkeit gestellt wird. Das ist doch der Trick, wenn Sie so wollen, den wir mit den Nachdenkseiten befolgen. Wir wollen die Glaubwürdigkeit des großen Stroms der Meinungen in Zweifel ziehen, damit eine Gegenbewegung entstehen kann von Menschen, die immer mehr und immer mehr erkennen, wie sie hier in die Irre geführt werden. Zurzeit wird ja eine Kampagne zur Impfempfehlung gegen die Schweinegrippe durchgezogen in den Medien. Und ich muss sagen, dass ich da einigermaßen ratlos bin, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich kann nicht mehr unterscheiden, ob hier die Bevölkerung gezielt an einem Großversuch der Industrie beteiligt wird oder ob das wirklich eine Sache ist, die man machen sollte. Würden Sie sagen, dass diese Thematik Impfempfehlung, Schweinegrippe auch innerhalb der Thematik Ihres Buches zu sehen ist? Ja, das ist so, wobei ich jetzt genauso gestehen möchte, wie Sie das getan haben, dass ich nicht der Fachmann für diese Frage bin. Aber mit Sicherheit, das haben wir ja auch schon hier behandelt, decken auch dahinter Interessen. Und man kann ja einige kritische Fragen zum Beispiel stellen, zum Beispiel, warum eine Grippe, die nachweislich relativ harmlos verläuft, mit einem solchen Aufwand bekämpft wird. Es gab auch noch kaum Todesopfer. Es gibt viele, viele andere Krankheiten, die sehr viel gefährlicher sind. Das sind mal Fakten. Richtig, da sind Sie Sachverständiger als ich. Ich gestehe das einfach einmal. Das habe ich nicht von mir, das habe ich auch. Genau, weil man kann ja nicht alles wissen. Das ist das große Problem. Es gibt übrigens ein schönes Wort, was mir einer der Leser der Nachdenkzeiten zugeleitet hat, das ich nicht hatte leider, bevor das Buch veröffentlicht worden ist, was das Motto gewesen wäre von Goethe. Das heißt, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Wunderbar, finde ich. Das heißt also, das, was wir wollen, dass die Menschen wieder etwas mehr Zweifeln lernen, hat viel dann auch mit Wissen zu tun. Das ist kein Oberklassewissen. Das muss nicht die normalen Menschen abhalten davon, sich da einzufinden. Denn die wissen ohnehin sehr viel mehr über manche Dinge Bescheid. Die wissen zum Beispiel, wie wichtig soziale Sicherung ist. Also es kommt darauf an, dass man halt dann ein paar Fakten und Recherchen noch dazu liefert. Und das versuchen wir eigentlich bei den Nachdenkzeiten. Ich habe vorhin eine Frage nicht beantwortet, die noch anstand. Warum sind wir nicht selbstkritisch? Also da muss ich mal ganz freimütig sagen, wir sind ganz eindeutig ein Medium mit einer bestimmten Tendenz. Wir wollen kritisch sein. Und das heißt, und zwar kritisch gegenüber der Neoliberalen.